Wenn man mit den Fingern auf eine beschlagene Scheibe oder einen Spiegel malt, so erscheint das, was man gemalt hat, beim nächsten Beschlagen wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Diesen schönen Effekt nutzten wir für eine Kampagne des Infinity Cabrio-Angebots. Und so haben wir es gemacht. Wir druckten den Inhalt der Botschaft aus und brachten das Poster an der Außenseite der Fensterscheibe an. Das Motiv zeigt dabei nach innen. Von innen beschlugen wir dann die Scheibe mit Wasserdampf, malten mit den Fingern das Modell nach und schrieben die Headline darüber. Abends, als sich die Bar mit immer mehr Besuchern füllte und die nicht zu vermeidende Transpiration eintrat und die Leute enorm viel Feuchtigkeit von draußen mitbrachten, kam der gewünschte Effekt voll zum Tragen. Und solange die Scheibe nicht säuberlich geputzt wird, kommt unsere Werbung jeden Abend wieder.